Sorry, du bist noch mal? Mein Name ist Abby. Travis Maddox. Hat die Nummer schon mal funktioniert? Kein einziges Mal. Aber ich mein's ernst. Du bist nicht mein Typ. Das weißt du nur noch nicht. Wow. Er ist echt heiß. Ist auch mein Lieblingsbild. Hat man dir nicht beigebracht, dass es äußerst unhöflich ist, jemanden über die... Junge Dame. Ich will nichts von dir. Ich hol dich um acht ab. Für mich so hübsch gemacht? Das ist kein Date. Was ist deine Story? Ich bin ein durchschnittliches Mädchen aus einer ganz normalen Stadt. Wow, so viel wollte ich gar nicht wissen. Also du magst ihn. Er hat doch überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Ich werde niemals mit dir ins Bett gehen. Ich will keinen Sex mit dir, Baby. Ich will bloß bei dir sein.